Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odino, ich grüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen jetzt Godfall anzocken, ich bin so mega heiß drauf. Das war eins von den Spielen, was ich am Anfang, wo sie die PS5 angekündigt haben und gesagt haben, dass so Launch-Titel sein werden und so neue Spiele kommen, was wir vorher nicht hatten. Das war eins von denen, wo ich gesagt habe, das will ich haben, das will ich zocken, das sah richtig geil aus. Das kann man auch online spielen. Er hat uns eine Vision, die er nie in glaubte. Er würde uns zerstören, wir haben es noch nicht gewusst. Wir waren Krieger, aber er hat uns gegen uns gegenseitig gelegt. So ein bisschen Anthem-mäßig sieht das aus mit der Rufung, oder? Bruder? Bruder, gegen Bruder. Und, obwohl es alle die Maneuvers und alle die Strategie ist, im Endeffekt wird es weder ich oder ihn sein. Soll ein sehr schnelles Spieler sein, ich bin gespannt. Und, obwohl die Eure sind, denpatriam, war es genau, ist gesamt. Makros war der besserer Vorjahrer dem Tag. Musik 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 He left me for dead, but I survived. Makros thinks the war is over, but our fight has just begun. This won't be easy. They've got a thousand men in there defending her. If anyone can get in there, Oren can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple, sir. The red can't count on us. You two cover the back. I'll take the front. Ne, die gehen wieder weg, oder was? Zielhilfe an. Filmsequenzen überspringen. Total überspringen. Wollen wir auch nicht aussahen. Audio. Obwohl hier wird kein Audio drin sein, und so färbig wird, denke ich, hoffe ich. Untertitel an. Untertitel Textgröße. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, jetzt nur speichern zu drücken. Grafikmodus. Technische Performance hat Vorrang. Auflösungskanalität hat Vorrang. Wir machen mal Performance. Ne, Auflösung. Wir machen erstmal auf Auflösung. Ne, wir lassen Performance. Soll ja auch vernünftig laufen. Ah, ich hab wieder vergessen. Wollen wir mein Handy aufschlagen hier. Nicht, dass meine bessere Hälfte sich meldet. Netzwerk. Das ist meine ID. Ah, ID. Name. Shift-Code einlösen. Ich hab keinen Shift-Code. Belohnung. Neuigkeiten. Trend-Shift-Code einlösen. Trend-Shift-Code einlösen. Account-Fall. Account-Fall. Belohnungen. Konto. Konto. Inああ. Konto. Nah. Werste, machen Sie. Konto. KonUNGES. Is your armor holding up? It's sluggish. What's that? Das war's. 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 ziemlich schnell aber bis jetzt ja mir fehlt noch die aus das ausweichen irgendwie ganz von deckung machen abwäckchen 3, 4 und 1 aber so wie ich da hin soll aber so wie ich es jetzt mal so an sich einen soliden eindruck aber jetzt ausweichen und wir sind halt noch ziemlich am anfang das ist ja wie gesagt noch tutorial hatte er einzeln ja Was ist das? 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 Für das Ausweichen... Ich hätte mir irgendwie eine X-Taste oder am besten R2 oder sowas. Weil... Quatsch L2... Bei L1 ist ja schon das Schild halten. Oder dass man einmal kurz drückt und dann irgendwie ausweicht. Links, rechts oder so. Was ist das? 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 Das war's. 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 Ich hab's. so richtig aus der gefahrenzone raus und man mit dem nächsten feist man auch schnell also jetzt überhaupt zwei gemacht also l2 aber sonst ein schönes spiel bis jetzt wir werden uns das auf jeden fall noch mal angucken mit der rüstung das ist ganz cool mit dem mit dem mit den schwertern ist ganz cool ich finde das gut mit den zwei jahren schwer dann aber wir haben auch fähigkeiten aber wir haben natürlich noch keine fähigkeitspunkte doch hier stufe 1 stufe 1 also ist mit dem ausweichen ok rüstung wahrscheinlich in einem zweiten video noch mal genauer angucken ich mache jetzt aber jetzt mal schluss ich hoffe euch gefallen wird angezockt däumchen werden träumchen wenn ihr fragen habt in die kommentare posten wir sehen uns beim nächsten video bis dahin sagt euer odin